Yo, servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Part Dota 2. Beim letzten Mal haben wir ja als Venomancer gewonnen. Mit einer 3.7.32. Mal schauen, wen wir jetzt so in unserem Roster noch spielen können. Ich bin ja mal wirklich gespannt und ich glaube auch, ich habe herausgefunden, warum ich beim Picken immer die Helden komplett ausgegraut waren. Weil ich starte meine Aufnahme zum Beispiel mit der Ü-Taste und man kann ja, wenn man die Helden pickt, kann man ja eine Volltextsuche machen. Das heißt zum Beispiel, wenn ich weiß, wo der Dragon Knight ist, kann ich einfach Dragon schreiben und dann wird der mir angezeigt. Das ist schon cool. Und ich glaube, deswegen waren die Helden, wie ich immer auf Aufnahmestarten gedrückt habe, deswegen waren die mal ausgegraut. So, mal gucken, wen wir als nächstes spielen können. Boah, für Terrorblade gibt es auch richtig coole Sachen. Das Arcana sieht auch richtig mega aus. Und wir können schon annehmen drücken. Wir können schon annehmen. Terrorblade auch schon ewig nicht mehr gesehen. In einem Match. Vielleicht nehmen wir jetzt heute mal ein. Man weiß nicht. Ich hätte irgendwie mal Lust, Mars zu spielen. Ich hätte mal Lust, den Mars zu spielen. Wir können wieder runter. Ach, wir bannen erst mal. Okay. Anti-Mage ist gut. Ja, nee. Ich drücke jetzt nichts zum Bannen, bevor ich da irgendwas überhastet. Und vielleicht will einer irgendwas spielen. So. Hey, Leute, watch this. Random Tidehunter, okay. Ist ja nicht schlecht. Also Tidehunter ist kein... Äh... Wollt ihr wirklich Mipo-Mitte spielen? Meine Freunde der Nacht. Boah, I like him. Ist natürlich auch ein geiler Held. Mal Mars spielen. Auch wenn ich kein... Okay. Premiere. Mars noch nie gespielt. Mars wirft seinen legendären Speer mit Tidehunter-Präsion. Alter. Äh... Okay. I go too tight. Hm. Ist natürlich blöd. Äh... 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 Ja. Ähm... Also der wirft da anscheinend einen Speer. Äh... 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 Alter, wird er dort festgenagelt, okay. Also der schmeißt einen, ähm... Ähm... Äh... 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 Und der macht Schaden oder... Jeden. Und... Also der tut bei jedem Schaden verursachen. Und der erste getroffene Held wird aufgespießt und mitgeschleift und wird halt, wenn... Der Speer an einem, ähm... 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 Festgenagelt der Held. Ähm... Ähm... God's Rebug. Marschleckt in... Äh... 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 In kritischen Schaden zu Ulte. Okay. Also einfach eine Crit-Attacke. Auch stark. Bulwark. Ja genau, das ist... Das habe ich... Ähm... Das habe ich schon gelesen, dass der... Ähm... Ähm... Alter. Reduzierung von 70%. Vom Schaden. Von physischen Attacken. Und die Arena of Blood, die Ulti, wo ich auch mal die Heldenquest ausgewählt hab, äh... Die macht, ähm... Also das hier ist wie ein Block. Da schmeit, macht halt Bonus-Schaden. Und das kann halt nicht verfehlen. Und die Arena of Blood, Mars beschwert eine Arena herauf, die von Untotenkriegern der Aschelegierung gesäumt wird. Dies blocken gegnerische Angriffe und Bewegungen. Gegnerische Helden, die sich dem inneren Rand der Arena nähern, werden mit Sperrenangriffen und zurückgestoßen. Die... Alter. Hohohohoho. Übel, okay. Bin ich mal gespannt, wie das Ganze jetzt hier so aussehen wird. Uppala. Äh... Zack, zack. Das nehmen wir mit, das. Ich bin mal gespannt. Ist natürlich blöd, dass die unten, wie die gesagt haben, sie wollen unten, wo sie nett gepickt haben. Und ich hab jetzt Mars gepickt. Das ist halt ein bisschen doof. Aber Mars. Erste Runde Mars. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Ich hoffe, dass ihr vier eine gute und folgenden Orte verfolgt habt. Alter. Du kannst diesen einen nennen. Ich hab nie verloren. Und ich werde sich nicht vorbereiten, wenn niemand mehr verfolgt hat. Wir wollen jetzt erst mal... Ein bisschen, dass wir ein bisschen mehr... Lebens... Generation haben. Das wäre natürlich super. Ähm... Faceboots, okay. Das ist natürlich eine gute Frage, wie der ganz hält funktioniert. Was anders für ein Cooldown. 14 Sekunden. Ich geh nochmal kurz zurück in die Base. Ich will nämlich was ausprobieren, wie der Speer fliegt. Nur, dass ich es weiß. Ja, er kam. Er kam. So. Okay, alles klar. Teiter kam. Okay. Alles klar, der fliegt. Schon, ja, schnell. Okay. Ich glaube aber, ich denke, ich werde danach jetzt abwechselnd Speer of Mars und mein Block leveln. Einfach aus dem Grund, dass man halt... Ja. Dass man halt... Angriffstempo... Ja, machen wir mal so. Gucken wir mal. Okay, Monkey King. Der Monkey King. Der Monkey King. Ich hab mir gerade schon gedacht. Ah, Monkey King. Hab ich auch... Ja, das war ja der erste Held, der rein für Dota. Für Dota 2. Konzipiert wurde. Die anderen waren ja... Alle noch so... Blocken wir mal noch ein bisschen. Ah. Schauen wir mal. Was das jetzt so... Ich sehe ihn. Okay. Ach, stimmt, genau. Das war ja bei Monkey King das... Ekelhafte. Nein! Alter, die... Das ist schon ein starker Stun. Muss man ja schon sagen. Oh, Slug hat First Blood. Auch gut. Ah, muss man ein bisschen aufpassen bei Monkey King. Monkey King Carry. Monkey King Carry. Ich bin gespannt. Ich hoffe, der weiß, wie man... Tide spielt. So. Okay. Und was ist, wenn ich die 3 umschalte? Muss ich gleich nochmal gucken. Monkey King. Monkey King. So. Fuck, sorry. Ich könnte das auf jeden Fall tun. Oh Gott. Hammer. Hammer. Ein Board. Na, die haben natürlich... Hat der Titan Board? Was... Okay, er hat Crack'n Shell als erstes. Das gilt. Ist ja eigentlich nicht verkehrt im ersten Step. Ich bin level 3. Spare mir die Tears. This way. Wenn er die Stacks auf dich bekommt, lasst ihn nicht über 2, denn er wird nur 3 und dann 4 und er macht keinen Schaden. Machen wir erstmal unseren Speer noch an etwas größer Distanz. Wäre mal interessant zu wissen. Machen wir mal so, dass man den Monkey King auch ein bisschen Nerven dabei. Mars auf jeden Fall interessant, der Held. So, und... Drecksack. Ein Drecksack ist das. Oh. Zeit, passt. Kacke, verfehlt. Oh, 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 3. Ein bisschen aufpassen, ein bisschen schön weglaufen. Wie lange hält es denn? Ja, es ist weg. Okay. Mach ruhig. Verrückt, Monkey King. Geht dir. Komm, 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 kommt, komm. Back, 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 back. Zerd gut, Trail groups next. Meines basteln, wichtig das ist halt es war halt klar crystal maiden und das lag die sind vielleicht ein team jetzt vielleicht gesagt dass der vielleicht was auch vom titel von schlau zu rennen ein bisschen verschätzt dafür ist ja dota da um das ganze spiel auch mal so ein bisschen zu ich mich widme ich habe was bringt sein kann be taktig von mass abilities to attack and locking for directories facing when active reduced movement speed and to the redirect of attack pressures ah ja okay 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 monkey king bis weg geschoben okay die haben auch anscheinend die haben auch anscheinend ein bisschen synergie miteinander teilt an dass uns für die miteinander so nicht schwätzen leihann verfehlt okay auch gut auch gut auch gut also Prozent Prozent die Teilung Maximus so wie gesagt einfach immer schön lassen mal als ja das weg gehen Da war jetzt der Titan noch ein bisschen dran schuld. Zack, zack. Weg mit dir. Oh, 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 oh. Warte, wann kommen denn unsere Creeps? So. Oh, first round Mars. Was kann denn da schiefgehen? Ich hole mir eine Platz auf jeden Fall. Dass wir uns da mal einig sind, halt. Move raus! Ein schöner Snack. Ich weiß nicht. Bleiben Sie stehen. Good job. Wir sind abgeblockt. Ah, das ist eine coole Mechanik. Also im Grunde genommen ein Bristol-Becken umgekehrt. Und auch die Attacken sind auch irgendwie cool. Also der Held macht mir bis jetzt einen sehr, sehr guten Eindruck. Morbid mal. 900. Kommt der Nutschmier mal den Last Hits. Bisschen den Monkey King einfach zu nerven. Äh, Lion is here. So, nur ein bisschen, dass wir mal ein bisschen Attention. Thank you. Monkey King. Ja. Wir müssen aber rauskommen. Hier ist der Zulti. Let's go shine. Shine, dann gank. Yeah, you got the mana? Nothing to it. Auch ne sehr schöne Runde momentan. Also, so vom Teamspiel und so. Gefällt mir momentan wirklich gut. Ich weiß nicht, ich mag es generell halt, wenn man sich versteht und man muss ja nicht irgendwie da so... Den tun wir mal wieder hier dran nageln. Wie def. Oh, fuck. Bounty. Attention. Ach, shit. Aber ich hab die Arena auf... Platt. Ich weiß zwar nicht, wie die funktioniert. Oh, der hat... Das war schon mal gut. Nein. Oh, das gibt's nicht. Oh, good job. Good job, Tide. Oh, fuck. Weg, 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 weg. Weg, weg, weg. Weg, weg, weg. Alter, Freund. Oh, 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 oh. Tide, meine Boots. Fuck. I'm stunned. You haven't faithed. Yeah, it's okay. Sorry. Move out. Not ready. Killing spring. Double kill. Ja, so, so, ich sag mal, da hat der recht, also das habe ich ein bisschen schlecht gesehen, dass er da, ähm, Slug dominiert, auch's gut. Ne, jetzt habe ich ein bisschen schlecht gesehen, dass er da, äh, ja, dass er halt gestunnt ist. Ich hab gesehen, da hat er schon recht, dass ich das da nicht sagen muss. Kann man auch ein bisschen freundlicher sagen. Hm, noch 600. Ich hab die Arena noch auf Platt noch nicht gesehen. Your middle child is under attack. Bukong is jungling. No doubt. Behold me. Okay. Das ist ein... Man muss ja, wie gesagt, auch mal alles ein bisschen sehen, bevor man da... Monkey King, du Drecksachs, so. So, ein bisschen genervt. Weitheit ist level 6, hat sein Ulti, sehr schön. Okay, die Arena auch. So, mal zack. Äh, tight, tight, maybe. No, okay, boys, wir, comes. Ja. Okay, die Arena, ich hab's jetzt einmal gesehen. Ähm. Okay. Nur, dass wir da auch mal auf einem Nenner sind. Ich sag mal, mal so. Ich sag mal, was ist denn das für eine Attacke von dem? Okay. So. Das ist das. Your middle tower is under attack. I see no other way. Omega kill! Keine race. Ja. Tän. I am not breathing. Bounty attention. Ja. bringt nix bringt nix bringt nix bringt nix dann okay dass die crystal crystal maiden und mache hier worte noch mal da sie was hat er für eine reichweite man das wirklich übertrieben vom spirit ich weiß aber auch nicht was 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 sind es denn für attacken die data was hat er denn da wo es sich dann abbild zum zielort wellen plate weg machen verkaufen und dann habe ich meine platz so denke ich mal machen wir das so platz sagen wir uns von desolator later alligators hat man schon das lag ich habe jetzt mal raus gekickt ich wünsche es noch mal so weil wir haben das pop das line den und du bleibst der tight macht halt wir bräuchten das ist unser problem wir bräuchten mal eine revit das war nämlich und wir bräuchten auch mal ein slag dabei wichtig wenn der dabei ist kann man viel machen erst mal tatsächlich der voids bild ist halt sau stark das wirklich sache aber hier wenn wir hier sind haben christian könnte man doch schon ein bisschen was machen oder schwer davon aus aber man muss halt so da bin ich so stark das wollen wir irgendwann einmal da unten da sind sie doch droh du ihr bleibt mal da das gibt es nicht Ja, I was... I was silenced. So, das lass ich jetzt mal. Aufkommt! Du bleibst tot, nein. Jetzt müssen wir aber erst mal den... Ach, du Scheiße. Oh, no. Kommt. Ey, das gibt's net. Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Hat's unser Slug eigentlich überlebt? Ich glaub, ja. Okay, der hat bald sein Silver Edge. Munking hat aber auch jetzt schon mittlerweile relativ viel. Oh. Ja. Nimm du mal eins. Halt, das ist mal wichtig. Acht, stärker. Was genommen? Thanks. So. mal ein bisschen zusammen spiele unnötig oder hast du noch okay gut wüstung schaden oder selain Und E3105 Uh oh 170 plus 100 200 Get set Flapsdor 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 Gassi draw Oh Mist Geburt alter Au 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 Alter wir waren da jetzt gerade noch gerade ricky wahrscheinlich der ricky wahrscheinlich ok als die arena damit kann man schon viel viel isolieren und auch also schon sehr sehr stark zeit hat sogar ich habe in 9 sekunden einen ulti shit du bleibst da auf tight baby ulti guck 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 so 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 always slug hast oder bounty da 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 ha 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 komm nimm effekt tum 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 fuck du plakso fuck okay okay back 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 boah slug hat 3700 der müsste ich auch mal was karven kauf dir doch mal was um die wirtschaft anzukurbeln das gibt's doch nicht Sancho ja schon vor boah hei 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 was ne runde was ne runde ist aber noch alles offen würd ich mal meinem jugendlichen leichtsinn sagen ich nehme das 4 sekunden bis ich den kippet bin die dürfen nicht immer gleich erschrecken wenn ich die arena auf blatt mach das problem ist bei mars der speer also der speer der ist saustark aber du musst die gegner mit treffen zum beispiel bei monkey king ist mir ja aus versehen passiert der war da nicht als der hat sich nicht rein getagert als der wurde nicht an den baum dran getagert das heißt ähm ja ich hab ihn eigentlich zur flucht verholfen läuft momentan nicht so ganz so optimal ähm ich denke mal ich werde auch die rüstung nehmen weil die brauch ich einfach bei dem gegner team was bringt denn der passiv empowers your next attack ok schlag wird gekillt ja der monkey king schon sollen wir es jetzt mal schauen wie wir das jetzt machen bleibst du halt mit mir hier drin warum bleibt denn hier draußen stehen ihr kommt doch rein oder kommt da keiner rein mas äh die kommen doch da rein oder sehe ich das falsch die gegner kommen doch da rein ach halt bounty hunter da ganz komisch weil die bleiben irgendwie immer draußen stehen oder kommen die halt wirklich nicht rein müssten wir mal ausprobieren normalerweise kommen müssten die doch reinkommen oder ja das lag pass auf pass auf ja also man merkt schon dass ich noch relativ unerfahren bin mit man muss man wirklich sagen also spiel den nicht fehlerfrei geschweige denn gut muss halt immer erstmal alles ausprobieren aber der gefällt mir also so von den fähigkeiten und so finde ich das eigentlich eine coole idee so dann fahren wir mal kurz die welle jetzt wäre bkb ich krieg halt gar nicht so viel ich brauche eher was physisches hart vielleicht eventuell hart vielleicht eventuell okay wir haben grad draw killed sehr gut sehr gut so und jetzt auf komm die können raus das war mir doch klar dass sie da außen reinkommen ich weiß nicht warum die da stehen bleiben dran das sind so Sachen wo jetzt versucht er uns da so ein bisschen aufzumischen ja ja ein stück zurück ok ja guys back das bringt nichts man muss es nicht übertreiben die anderen sind ganz schön schnell immer weg hey so not ready oh so genau bounty hunter track mal wieder alles und jeden also track da sieht man es halt wir kriegen bonus gold und bonus bewegungstempo ist alles super die mir grad hinterher das wäre ja eigentlich schöner wenn ich eigentlich mehr aushalte wird so ein hart oder so hart wäre schon nicht schlecht wie viel kostet ein reaver 3000 3000 kostet ein reaver das sind die 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 Das ist übertrieben, die... So. Gut, sehr schön. Oh, der Plus 100 LP-Region. Das ist ja mal saustark. Team Fight. Ihr Funi Wind machte meine Cate-Blo auch noch mehr... Perfect. Du gott gut. Oh, da. Das ist ja wirklich der Wahnsinn, hey. Also Mars, die Dings ist schon sehr, 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 sehr stark. Okay, ist er, wo ist er, wo ist er? Wir hauen mal ab. Das langt ja auch erstmal, was wir da jetzt gemacht haben. Da ist maybe Rush. Na, komm, machen wir erstmal das. Ah, das bringt schon was. Guys, back, 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 back. Bounty back. Okay. Okay, okay, okay. Willkommen, John. D-Draw. Ihr bleibt mal schön dort drin jetzt. Oh, jetzt brauch ich schon mal Hilfe, hey. Ich bin tot. Das war eben gerade. Ja, da waren wir wieder ein bisschen zu greedy. Wir haben aber gut aufgeholt, also muss man euch sagen. Die Draw. Die Draw, die Draw, die Draw. Eieie, jetzt wollen sie hier pushen oder was? Die kleine. Die Cloud-Dreckssäck. Radiant haben fortified ihre Towers. Nee, beim letzten Mal Todesübersicht, wenn man da mal schaut. Na, physisch. So. Sperrbetar haben wir halt eine Sekunde länger oder 200 Schaden. Wir nehmen mal 200 Schaden plus. Machen wir jetzt einfach mal 525 Schaden. Das ist schon in Ordnung. Monkey King. Der Monkey King. Der Monkey King. Der Monkey. Eee, 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 eee. Was war denn das? Geist, geist, geist. Pass mal bitte ein bisschen auf. Ich bin hier. 16.15 And that happened Indeed Almost Oh fuck Fuck The DD, why are we doing this? I've got this I'm not ready All in strife Wait, thank you So This way You saw me coming Drop tar under siege Dwarf Bounty Double kill Of course So I'm not ready Go on Go on Alter. So, und hart auf Tarrasque. Quatsch. Ui, laufen wir mal gemütlich zurück. Aber... Was? Ja, da hat man das Blumen-Shield. So... Holen wir uns mal einen Assault-Kirch. Krass. Tun wir mal da langsam drauf hinsparen. So. So. Bleiben sie stehen. Zack. So. Tum-tum-tum-tum. Das ist auch übel an dem Sperr. Man kann mit dem so sehr pushen. Ja. Ja, holen wir uns mal unten die Lane. In Ruhe. Zack. 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 Wahnsinn. Wirklich der Wahnsinn. Wollen wir mal. Crystal bei mir. Zack. Okay. Ich komme. Ach ja. Ist er da? Nee. Nein. Das wollte er anscheinend nicht. Der kleine Drecksack. ist da. Das nicht vielleicht ein bisschen doof war. Ohhhh Leute. Ich habe leider keinen Buoy Bug. Oh Slug. Bitte komm weg. Oh fuck. Das sieht richtig gut aus. Das sieht richtig gut aus. Oh. Oh. Crystal. Tide. Please come back. Oh fuck. Ich muss jetzt auch mal für den Rückkauf dann sparen. Eieieiei. Die 25 ist schon übel. Oder 80% mehr Crit, alter. Alter. Was macht Zapte bei dem? Reduziert die Abwinkzeit von Gods Rebug. Also von unserem Crit. Puh. Aber wir müssen jetzt mal schauen, dass wir das jetzt. Jetzt müssen wir einen guten Teamfight landen. 10 Sekunden bin ich schon wieder da. Es ist nur, dass wir hier nichts verlieren. Wie gesagt, momentan alles noch offen in dem Spiel. 2. Etwas. OhŽsami. Den wär пит 14. Ganz ruhig. Wie geht das vor? Oh Gott. War das. MSH. flötheit weg 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 job wie schnell seid ihr denn war sehr gut auf auf der zweite weiter 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 ein bei mir kann man schon mal rausgeholt damit das ist nicht so schön die ganzen letzten ganz schön gepusht von denen muss man ja sagen was war denn das wenn man das die leute vielleicht in der arena nicht so schnell sterben alles sind ganz schön es gibt es nicht und warum sind die lanes so gepusht extrem ich komme ich komme leute ich komme auch eine schöne runde servus da bin ich servus gute so und ich siemens von der stadt russia sehr schön so muss das sein Oh, 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 oh What the fuck? Oh, fuck Oh, Gott Komm, 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 komm Sprachhilfe Crystal Take Ah, ja, gut Dann Nimm ich es halt Sick Was ist das? Nein! und das ist doch gut das ist doch eben gerade wer hat man da drin beim auch alle schön geheilt heute werden alle schön geheilt keine angst zack go go power ranger alter bin ich tanky ETF man okay okay war ein schönes spiel war ein schönes spiel war ein schönes match und auch wirklich war interessant man hat nicht gewusst wer am anfang gewinnt oder wer am ende gewinnt oder muss man wirklich sagen war wirklich ein saumäßig gutes spiel und unsere zweite zweite sieg in folge ich bin begeistert mehr als begeistert sehr schön da tun wir mal klatschen da war also maß ist schon ein guter held und sehr 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 stark erhält sogar den Tavien in den Tusch auch das ist der Tidehunter gewesen sehr schön dankeschön na komm tu mal ein bisschen das müssen wir jetzt halt alles jawoll so sieg voraus gesagt genau und wir gehen da ein stück höher also bounty war auch nicht bei mir kriegt wieder im team jeder warum kann ich den bounty jetzt nicht committen ich würde euch gerne empfehlen bounty äh der monkey king hat auch nicht schlecht gespielt so leute da haben wir mal wieder mit einem sieg äh oh lösen sie ihre drei splitter ein da haben wir mal wieder mit einem sieg den part beendet und wir sehen uns beim nächsten mal ciao ciao